Hi, hallo und willkommen zum nächsten Mountguide Update Video. Heute updaten wir das Video der Elementarmounts, welches ich zuletzt in Patch 10.1.5 geupdatet habe. Seitdem ist ein neues Mount hinzugekommen und wie immer zeige ich euch, wo es dieses zu finden gibt. Und bei diesem einen Mount handelt es sich um einen Erfolgsmount und zwar die sandige Schieferschwänge. Diese erhaltet ihr vom Erfolg Meister der zerrüsselten Zeitwege. Und um diesen Erfolg abzuschließen, müsst ihr folgendes tun. Und zwar ist aktuell wieder dieses Event der turbulenten Zeitwege aktiv, wo jetzt 5 Wochen hintereinander einfach nur Timewalk durchgespammt wird ohne Ende. Dabei müsst ihr über 5 Wochen verteilt jeweils einmal Meister der Zeitwege werden. Dafür braucht ihr einen Charakter, der nicht Level 70 ist und müsst pro Woche 5 Zeitwanderungs-Dungeons abschließen. Dabei erhaltet ihr einen Buff, der hier erstmal 2 Stunden hält. Dieser stackt 4 mal hoch und nach dem 4. Mal wird er zu dem Buff Meister der Zeitwege. Und damit habt ihr dann die aktuelle Woche abgeschlossen. Wie gesagt, das muss jetzt über die nächsten 5 Wochen gehen. Denn einmal jetzt diese Woche ist Kataklysm dran. Dann kommt nächste Woche wieder eins. Dann kommt da wieder eins. Bis Ende Oktober wird das letzte Mal durchgespammt. Ähm. Genau. Hier müsst ihr dann enden. Genau. Turbulenten Zeitwege endet. Und da, dass es ein Erfolg ist, welcher nicht als Heldentad verbucht ist, sondern unter Weltereignisse drin steht, Würde ihr auch vermuten, dass die turbulenten Zeitwege wieder kommen werden am Ende von Season 3 und Season 4. Falls es eine 4. Season geben wird, ist ja alles auch noch nicht ganz bekannt. Ähm. Dementsprechend, ich würde, ich würde auf jeden Fall diesen, äh, diesen Zeitwanderungs-Event machen. Und dann hoffe ich aber für die, die es jetzt nicht rechtzeitig schaffen, das zu machen, dass sie es beim nächsten Mal erhalten. Ja. Damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Guides angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo für mich da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Guide. Bis dann. Bye, bye.